Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam-Hümmel. So. Ziemlich ungewohnt ist das Ganze hier. Aber hey. So. Unser erstes legendärer Pokémon wäre in der Dunsthöhle. Auf geht's. Äh. Dunsthöhle. Genau. Los geht's. Die ganzen Sachen. Warte mal. Ich muss mal die ganzen Sachen hier mal loswerden. Wie sehen denn unsere Stats jetzt aus? Na siehst du. Das geht doch. Von Cutter? Ja. Okay. Machen wir jetzt quasi ein Part der Dungeon. Wie bei Zelda. Und Boss. Natürlich. Es sei denn, es dauert ein bisschen länger. Dann natürlich. Machen wir dann doch aus zwei Parts. Ne vier. Aber wir kommen gut voran. Ja, ja. Ich würde am besten Schneckblatt zurück zur Gelde schicken. So. Geben, ne sieben. Geben, ne acht. Wie sagt so schwer ist es jetzt nicht mehr? Wie sind wir schon auf level 82? Ach, hoppala. So, Zwischenlager. Weiter geht's. Obere Dunsthöhle. Hier mit zwei. Okay. Die Blumise habe ich schon. Ein Vollbeat. Haben wir noch nicht. Okay. Auch das schicken wir zurück. Weil die Beliebersamen könnten wir noch gut gebrochen, vielleicht. Nehmen wir fünf. Sechs. Nehmen wir uns. Magma. Schicken wir auch wieder zurück. Nehmen wir sieben. Und dann sind wir auch schon da. Dunsthöhlenkipfel. Ich bin Selfie. Ich bin der Wächter des Nebels. Dass ihr absichtlich einträgt, kann eigentlich nur eins bedeuten. Ihr seid gekommen, um mich zum Kampf herauszufordern. Sehr gut. Eure Herausforderung. Ich nehme es hier an. Kommt. Bosskampf. Bosskampf versus Selfie. Runde zwei. Okay. So schnell geht es. Dass dieser Tag kommen würde. Vielleicht habe ich es herbeigesehnt. Selfie möchte dem Team beitreten. Von jetzt an gehen wir zusammen. Meine Zukunft liegt bei euch. Sehr schön. Bamm. So. Gut. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Und dann gehen wir zu... Christ... Ne, zu 13 Töne. Genau. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und tschü. Tschüss.